Jetzt Morgeli, Puppenbär. Was ist denn da? Hallo. Möchtest du Kerne zum Frühstück wieder? Ja? Wollen wir zusammen in die Küche gehen, Kerne holen? So ein tolles Federchen da geschenkt. Ist das vielleicht für mich? So, komm mit. Komm, wir gehen Kerne holen. So, komm. Super, klasse. So, einmal um die Ecke. Ja, prima. Jetzt bist du wieder zu schnell für mich. Komm her, Süßbe. So, Achtung, warte kurz. Wie sind da schöne, tolle Tüte. So, dreht diese Frau hier schon ein paar Sekunden von Kern und sind immer noch keine geliefert. Na, jetzt, ja. Guten Appetit. Mh, köstlich, köstlich. Ah! Ist das Wort Kerne bis zu dir vorgedrungen, ja? Hast du nicht eigentlich Nestdienst, mein Hasipup? Ups, verkehrt rum. So rum. Auch schnell mal einen Snack abholen, ja? Na, dann komm. Yummy, yummy, yummy. Lecker Frühstück. Hier, bei den Süßigkeiten. Mh, wisst ihr was? Ihr dürft jetzt mal hier die Lidl, die Lidl, die Lidl, alle alleine essen. Da kann ich nämlich mal ganz ratzi-patzi eine kleine Nestkontrolle bei euch machen. Mh? Gut. Guten Hunger. Bis gleich. Das war's. Ja, ne? Wenn du in역 top ausstcmest, единst flex. ث